Du interessierst dich für Technik? Blum bietet dir eine hochqualifizierte Ausbildung in spannenden Hightech-Berufen an. Wir wollen dich bei deiner Berufsorientierung unterstützen. Nun, wie kannst du hier loslegen? Melde dich einfach auf unserer Webseite zu den berufspraktischen Tagen an. Dann geht's schon richtig los. Komm zum Schnuppern vorbei. Ein bis zwei Tage, je nach Beruf. Bring uns bitte auch dein letztes Schulzeugnis mit zum Schnuppern. An konkreten Aufgaben probierst du aus, was dich in den einzelnen Lehrberufen bei Blum erwartet. Dabei schauen wir gemeinsam, was dir gefällt und wo deine Talente und Stärken liegen. Hier lernen wir uns dann auch persönlich kennen. Im nächsten Schritt der Technikland-Kompetenztest. Dies ist ein gemeinsamer Test von zahlreichen Industriebetrieben aus Vorarlberg. Wenn du ihn schon bei einem anderen Betrieb oder in der Schule gemacht hast, musst du dies natürlich nicht noch einmal machen. Hier musst du dir keine Sorgen machen. Am PC beantwortest du Fragen zu Logik, Kombination und zu den Grundrechenarten. Zu guter Letzt möchten wir die geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten noch besser kennenlernen. Beziehungsweise du hast dann nochmals die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die für deine Entscheidung wichtig sind. So können wir uns ein Gesamtbild voneinander machen. Wir rufen alle, die eine Lehrstelle bei uns erhalten, am Technikland-Zusagetag an. Also, wir freuen uns von dir zu hören. Geh einfach auf lehre-bei-blum.at. Bis bald!